Gute und willkommen bei BBQCatcher. Wir machen heute einen Hähnchen Spargel Curry und was wir dafür brauchen zeige ich euch wieder jetzt. Das wird mit Sicherheit lecker. Also kommt mal mit. Hier haben wir unsere Zutaten und wir brauchen für einen Hähnchen Spargel Curry natürlich wieder Hähnchen und Spargel. Wir haben noch ein paar andere Zutaten, zum Beispiel zu einem Curry, meiner Meinung nach Kokosmilch, ein bisschen geröstetes Sesamöl, Currypaste, Frühlingszwiebel, eine normale Zwiebel, Knoblauch, Karotten und das ist noch eine ganze Menge Schnippelarbeit und ich würde sagen, die erspare ich euch heute. Das mache ich alles und dann geht es weiter, wenn es ans Fleisch geht und dann ans Anfragen. Ich heize jetzt gleich noch ein bisschen hier ein paar Kohlen vor. Wir machen das Ganze heute im Dutch Oven und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Ganze geschnippelt habe. Also bis gleich. So, unser Gemüse ist geschnippelt bis auf unsere Knoblauchzähnen. Die tun wir uns erst klein schneiden, kurz bevor sie dann reinkommen, wenn wir unsere Hähnchen auch alles schon angebraten haben. Aber ich zeige euch jetzt noch mal kurz, wie klein ich das haben will. Kommt mal rum. So, wir haben jetzt hier unseren Spargel. Den tut ihr euch einfach so in so zwei bis drei Zentimeter lange Stücke schneiden. Also natürlich erst schälen, den unteren Teil abbrechen und dann in so Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln habe ich einfach in Scheiben geschnitten. Unsere Karotte auch einfach nur in Scheiben geschnitten. Das muss alles nichts Filigranes sein. Das darf heute ruhig alles so sein. Die Zwiebeln ein bisschen feiner als jetzt die Karotte oder sowas. Das tun wir nachher gleich alles miteinander anschwitzen, wenn unser Hähnchen durch ist. Und dann tun wir uns erst um den Knoblauch kümmern. Aber jetzt müssen wir erst noch ein bisschen was an den Hähnchen machen. Dann tun wir das mal weg und holen uns das Hähnchen her. So, jetzt haben wir hier unsere Hähnchenbrustfilets. Und jetzt gehen wir erst mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was wegschneiden, was jetzt nicht so schick ist. Hier sowas da rum geflattert. Das nehmen wir uns erst mal weg. Ja, der Rest ist okay. Jetzt nehmen wir uns die Hähnchenbrust. Schneiden uns jetzt erst mal das untere Teil hier ab. Das ist nämlich das flachere. Und da tun wir uns jetzt schon mal hier so ein paar Stücke drausschneiden. So, die Größe hätten wir gerne. Und das machen wir mit allem. Und um das gleichmäßig hinzukriegen, nehmen wir uns jetzt hier das dickere Teil. Und schneiden das einmal in der Mitte durch. Jetzt haben wir nochmal zwei flache Teile. Und die machen wir uns genauso wie die. Genauso wie die da. Und dann sehen wir uns wieder. Unser Hähnchen haben wir jetzt klein geschnitten. Und würzen werden wir das heute nur mit dem scharfen Salz von Schwarzwaldsalz. Das ist so ein bisschen Salz mit Chili und sowas drin. Ich will gar nicht mehr dran haben diesmal an meinem Fleisch. Noch ein bisschen und dann tut es das auch schon. Dann ist das Fleisch schön gesalzen, hat trotzdem eine leichte Schärfe. Und jetzt kümmern wir uns gleich um unseren Dutch Oven. Und dann wird das Fleisch angebraten. So, unser Dutch Oven ist schon heiß. Der hat schon ein bisschen Öl drin. Und da braten wir jetzt erstmal unser Hähnchen an. Das geben wir jetzt erstmal da rein. Und das darf jetzt mal ein bisschen Röstaromen kriegen. Soll jetzt nicht durchbraten, einfach nur ein bisschen Röstaromen. So, wenn das Hähnchen jetzt so langsam Röstaromen bekommt. Wir wollen es jetzt nicht zu weit garen, weil es sonst später trocken wird. Geben wir jetzt schon mal unser Gemüse dazu. Und das schmoren wir uns jetzt auch nochmal mit an. So, das ist jetzt alles ein bisschen mit angeschmort. Jetzt nehmen wir uns das Ganze und tun das ein bisschen auf die Seite. Jetzt geben wir hier unser Knoblauch und unsere Chili-Paste, äh Chili-Paste, Curry-Paste dazu. Und die tun wir jetzt gerade noch ein bisschen anrösten. Und dann geht's weiter. So, jetzt haben wir das hier ein bisschen mit angeröstet. Jetzt vermischen wir das Ganze gut. Dann geben wir noch ein bisschen geröstetes Sesamöl bitte zu. Nicht allzu viel, weil das ist sehr kräftig. Jetzt lassen wir das Ganze nochmal kurz so stehen. Dann kommt noch unsere Kokosmilch rein und dann muss es noch ein bisschen köcheln. Aber da sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze hat jetzt noch ein bisschen hier mit angeschmort. Boah, das riecht schon fantastisch, das sag ich euch. Und jetzt geben wir unsere Kokosmilch hinzu. Oder Creme eher gesagt. Und das Gleiche geben wir nochmal an Wasser hinzu. Jetzt das Ganze gut verrühren. So, und das lassen wir jetzt nochmal ein bisschen aufköcheln, das Ganze. Und dann, wenn der Spargel schön weich geworden ist, dann sind wir fertig. Dann können wir das Ganze runterholen und dann wird probiert. Also bis gleich. So, wir haben das Ganze jetzt nochmal 10, 15 Minuten köcheln lassen. Jetzt schauen wir mal rein. Dann rühren wir das Ganze nochmal um. Müsste jetzt alles schön weich sein. Auch der Spargel dürfte jetzt weich sein. Schauen wir mal. Ja, Spargel ist weich. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich nochmal abschmecken. Schon geil. Ein bisschen Salz könnte vielleicht noch dran. Machen wir noch ein bisschen was von unserem Chilisalz ran. Ein bisschen Chilisalz ran. Dann tun wir das Ganze nochmal verrühren. Lass uns kurz noch ein bisschen einwirken. Und dann treffen wir uns beim Verköstigen wieder. Also bis gleich. Unser Essen ist fertig. Und es riecht wieder mal fantastisch. Ich muss echt sagen, ich liebe ja die asiatische Küche. Und diesmal hier mit dem Spargel und sowas. Ich glaube, das ist eine geile Kombination. Müssen wir jetzt natürlich noch probieren. Gucken wir auch, ob das Fleisch schön würzig jetzt geworden ist. Also einmal Spargel. Mit ein bisschen Hähnchen. Und dann herinnen die hohle Birne. Wie das der Klausel gerne sagt. Geil. Boah, ist das geil. Die Kombi ist richtig gut. Das Fleisch richtig zart. Der Spargel auch richtig schön weich zergeht. Aber der Geschmack vom Spargel kommt richtig gut durch. Und das mit ein bisschen Schärfe vom Curry. Sau geil. Also. Zum Nachmachen empfohlen. Unbedingt mal nachmachen. Sau geil. Lasst mir mal ein Abo da, wenn ihr das Ganze gut gefunden habt. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr vielleicht anders machen würdet. Oder ob ihr das schon mal gemacht habt oder so. Würde mich auf jeden Fall freuen, was von euch zu hören. Ich bin auch unterwegs auf Instagram, Facebook. Wenn ihr wollt, schaut da auch mal vorbei. Wenn nicht, auf jeden Fall hier. Beim nächsten Mal sehen wir uns. Da gibt es wieder ein leckeres Rezept. Dann kann ich mich nur noch verabschieden. Euer Markus von Barbecue-Kalter. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020